Wenn du eigentlich gerade diesen Tunnelblick hast, das ist einfach nur schlimm Nehmen wir dich mal mit, du! Wenn du dahin gehst, endest du ehrlich Warum gehst du da? Äh, was? Oh nein, er macht den hier wieder Ich würde dir raten, da runter zu gehen, gleich fliegst du nämlich zu denen Killin, Dennis, killin, killin, killin Was machst du da oben, Alter? Der Teil nur in dem Knochen Ja, er wird die ganze Zeit gekillt wieder Oh nein, der eklig, er setzt sich da wieder auf eins drauf Nein, jetzt haben sie mich Aber ich hab die so lange abgelenkt, die waren alle geil auf mich, Digga Ja, aber jetzt kommen die an, Digga, und wir sind einer weniger Das ist das Problem Ich f*** die Junge Warte, wer war drauf, Digga Komm zurück, Dennis, komm zurück Dennis, killin, mach das Schild auf, ich stell mich hier oben hin Ja, baller Ich bin Schild kaputt Oh ja, keiner Alter, hier wurde doch echt gleich alles geworfen, was geworfen wurde, oder? So Habt ihr keinen Bob hat, Digga Wo ist Bob? Ich hab die Healer kaputt Einen Healer hat auf jeden Fall Feuer, das ist alle Aha Digga, ich hab 17 Kills Du weißt schon, dass die Eliminierungen nicht nur sind, die du einzig gekillt hast Hey, was? Geht das gut auf jeden Fall, müssen wir den nicht komplett einnehmen Ja, nimm mal Sigma Sigma hole, Digga Ja, gleich werden die Trash Maze rein Egal, der soll mir einen lutschen, Digga Bei meinen ganzen Eliminierungen, alles ist Gold Also der soll sich f***n, also heißt das, das ist ganz okay Wenn du mit Bastion keine goldenen Eliminierungen und Damage hast, solltest du dich fragen, was falsch ist eher Ja, also, dann hab ich doch eben das gemacht, was Bastion benutze Also, habt ihr gelesen, was der Mann will Er will mit Lucio dahin gehen, damit die sich umdrehen Und dann Wir können den, genau Reiner down Prost. Bleib mal hier, Junge. Bleib auch mal hier. Die eine fliegt die ganze Zeit rum, Digga. So, haben wir sie. Sehr gut, wir haben noch übelst viel Zeit jetzt. Oh, Push! Müssen nicht mal komplett einnehmen, einfach. Wir müssen uns aber mindestens 2-3-3 machen. Alle auf den Punkt damit es schneller geht. Und ich bekomme noch Play of the Game, ich weiß es. Ich weiß es! Nein! Futze! Ich war besser! Ah, das war gerade eh. Werde richtig gepackt. Ja, auf jeden Fall Obvious. Ja, du hast halt alles weggetankt schonmal, was die hinschicken konnten. Ja, aber ich bin nicht direkt in die Logitech-Design. Oh nein! Johanna! Geht's schon los? Ja! Ernsthaft? Ja! Ja! Loll, ihr seid Gold?! Ja, ich... Ja, dann ist die Emo! Was ist denn das denn? Das sind Scheiss! Was ist denn das denn, Scheiss? Ich kenne das mit dem Game Mixer! Mann, Dennis, Dennis, bitte nehmt! Mach sofort ein Set! Mach sofort ein Set, Alter! Das sind Scheiss, Digga! Das ist ja das mit diesem Game Sticker, WTF! Ne, Archangel ist einfach schlecht! So, mach mal, Tappthörer. Holy shit! Ja, egal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.